moin leute heute gibt es die highlights vom test fncs was vor einigen tagen lief ich habe das ganze zusammen mit julian und timme gespielt diese beiden der beschreibung vor link könnt ihr keine abchecken unser start war ein bisschen holprig wir haben die ersten fünf runden instink gewastet haben dann aber ein back to back win gemacht und noch ein win also wir haben absolut gut gespielt am ende und ja das sind die highlights davon viel spaß damit bei mir crack bei mir cracker ist den schwarzen fußballer ja genau genau weitermachen track 60 weit Ich hab null Mets Wo ist mein Edgegun? Ah, da ist so ein hinten Ich bin nextel Flogen, Digga, was darfst du denn? Edgegun fliegt bis unten Okay, nice Jungs, let's go Ich hab den 1, so krankes Shit Wollen wir den Pickaxen, Magic? Ich hab den da Upset 20 Ich brauch 20 Ich komm auch Nochmal 20 Pass auf, der ist einer im Haus Hab ihn, hab ihn, hab ihn Geh, geh, geh Was? Man kann ja nicht baut, fuck Für wir Komm rein Er ist rein, er ist rein Ja, Digga, das schlechteste Edge, den er machen kann 100 Ich muss healen Jetzt Mach einfach safe Mach einfach safe Bei Jürgen in der Box Ich komm, ich komm Rums, ich bin hinten Ja Ich bin meine Wand Rums, rums, rums 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 Ja, der will den hochrollen, der will den hochrollen, der hochbrennen Warte, vorne, 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 vorne Und shot, hinten Und shot, die Hände Back Das ist der beste Spieler Warte, 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 warte Ich hab den Fiegel, ich hab den Fiegel Ab, 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 ab Bin da Ok, die Batterie geradeaus auftauchen Ja, hier, 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 hier Mach mal hier hin Ach, gehst hier hoch Komm, komm, fett Bin da Ich habe ein neues Pad genommen. Ich bin ganz vorne. Ich gehe wieder zu matchen. Ich habe Highcrown gespielt. Kriege ich den Kill? Ne. Guck hoch Jörn. Highcrowns sind zwei weg. Komm hoch. Ich bin um. Hinten uns. Ich habe genug. Spray rechts, spray rechts. Hast du noch matchen? Ja hier nimmst du 0 zu mir. Schau du vor. Du musst einfach mit Banage genommen bleiben. Ich job dir alle matchen. Ich habe jetzt 0. Ich muss hoch. Hinten uns. Ich glaube ich gehe runter, oder? Ja, 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 ja. Ich habe 3. Ja, ja, genau. 2 gegen 2. Crack, crack, crack. Dead. Sehr gut, okay. Ein bisschen was noch. 30. Crack. Sehr gut. Sehr gut. Sehr richtig. Noch mal, noch mal Pad, noch mal Pad. Geht auf dem. Hier unten. Drack hast du Track. 30 White, 30 White. Dead. Nein. Dead, dead, dead. Nochmal dead. Die beiden. Wir müssen alle hoch. Die werden sich sterben. Ich baue hier vorne. Wir können den lasern. On me, on me. Wir können lasern. 30, crack, crack. Dead. 30 White, dead. Sehr gut. Ich habe kaum noch Abmelds. Ich habe noch 300 Holz. Ich höre. Ja, ja, genau. Hole alles. Hier unten drin, hier unten drin, hier unten drin. 70 White. Weiß, White. Dead, 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 dead. Weiß. Ey, gib mir alle Fische. Gib mir alle Fische. Gib mir alle Fische. Hier an dem Fische. Link. Habe ich. Einen Kriege, glaube ich. Oder? Wir müssen ja etwas sprayen. Ich habe 80 Eierschuss. 80 Eierschuss. Habt ihr. Ich habe wohl einen Eierschuss. Nice. 300 Schuss. Ich lasse den einfach ausspringen. Ja, baut einen Mets. Jürgen hast du einen Mets. 3, 0. Wie viel Flop hast du? Wie viel Flop hast du? Ich habe 7. Lass uns ein bisschen runtergehen. Geht ihr? Ich brauche Metz, bitte klein Mets. 200 Mets. Jürgen? Hast du einen neuen Flopper? Ja, 97. Der wird aus von jetzt. Ja, wir spray einfach. Jürgen gibt die Läderfläge. Das gucken wir die Hohlenmatch gehen. Der geht runter. 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 Ich habe den Finish. Nein, das ist schon mal zu weit hinten. Auf meinem Marker. Das ist mein Finish. 35als. let's gooo! Richtig. Let's gooo! Richtig, Jungs! Das war perfekt high ground gespielt. Oh mein Gott. Wir sind so gut. Bis zum nächsten Mal.